Moin liebe Wölfe, zur neuen Weekly Wolves. Am Samstag steht das erste Heimspiel in der Volkswagen Arena im Jahr 2022 an. Gegner um 15.30 Uhr ist Hertha BSC und alles, was ihr rund um die Partie wissen müsst, kommt jetzt in den Fakten zum Spiel. Die Duellbilanz zwischen dem VfL und dem Hauptstadtclub ist nahezu ausgeglichen. Bisher stehen aus Sicht unserer Wölfe 16 Siege, 17 Niederlagen und 12 Remis zu Buche. Die Torstatistik spricht bei 62 zu 61 Toren knapp für die Grün-Weißen. In den jüngsten zehn Begegnungen mit der Hertha gab es nur zwei Niederlagen. Unsere Wölfe ließen nur elf Torschüsse der Gegner nach einem Konterangriff zu, Bundesliga-Bestwert, gefolgt von den Berlinern. Zudem kassierte der VfL nur ein Gegentor nach einem Konter, einzig der SC Freiburg ist in der Kategorie noch ohne Gegentreffer. Lediglich zwei Teams haben im Oberhaus eine bessere Zweikampfbilanz als die Grün-Weißen. Mit Santiago Azcaciba und Niklas Stark belegen gleich zwei Härteakteure die Spitzenplätze in der Kategorie Intensive Läufe. Da sind sie wieder! Nach der wohlverdienten Winterpause haben unsere Wölfinnen am Montagnachmittag die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Bei optimalen Trainingsbedingungen und bester Laune stand zum Auftakt ins neue Jahr eine 90-minütige Einheit auf dem Programm. Ja, also man hat die ersten Kontakte, denkt man, oh, bin ich Profi-Fußballspielerin, aber dann irgendwann kommt man auch wieder rein. Und es ist auch relativ anstrengend, aber wir freuen uns wieder auf die neuen Spiele, alles Neues, was kommt. Und ja, wir sind, glaube ich, richtig froh, wieder hier zu sein. Am Mittwoch wäre es für die VfL-Frauen eigentlich ins Trainingslager nach Portugal gegangen. Aufgrund der Pandemieentwicklung vor Ort reist das Team von Cheftrainer Tommy Stroth aber nicht, wie geplant, nach Faro. Stattdessen findet die Vorbereitung auf die Rückrunde im heimischen Wolfsburg statt. Und auch hier gilt es sich optimal auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten, denn man tanzt schließlich noch auf drei Hochzeiten. Ja, also wenn man schon schaut, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind, ist es, glaube ich, schon richtig schön, dass wir es geschafft haben, im Champions League zu bleiben, im Pokal und in der Liga auch, stehen wir da richtig gut davor. Ja, ich hoffe, mindestens zwei Titel dieses Jahr zu gewinnen. Also es wird sehr schwierig, aber es ist auch, ja, wieder die Entwicklung im Frauenfußball ist super. Und ja, die Entwicklung in unserer Mannschaft ist auch super und deswegen hoffe ich, dass wir auch, ja, mindestens ein oder zwei Titel auf jeden Fall nach Wolfsburg holen können. Nachdem zum Jahresbeginn bereits die Cheftrainerpositionen der U17 und U19 neu besetzt wurden, haben unsere Wölfe nun auch einen neuen Akademiedirektor gefunden. Michael Gentner tritt zum 1. Februar die Nachfolge von Pablo Thiam an. Wir sagen, willkommen in Wolfsburg, Michael. Der österreichische Wölfe-Kooperationspartner SKN St. Pölten bestreitet seit dieser Woche sein Trainingslager auf dem Trainingsgelände des VfL. Bis zum 21. Januar hat das Team aus Niederösterreich seine Zelte in Niedersachsen aufgeschlagen. Bei den österreichischen Wölfen gehören mit Lino Kasten, Ulysses Lanes und Yun Sang Hong auch drei Leihspieler aus Wolfsburg zum Kader. Also ein bisschen das Gefühl von Heimat. Hat mich gefreut, wieder hier sein zu können. Vor allem so schnell und hier auf Top-Bedingungen zu trainieren. Ich sehe es, dass sie das noch mal besser wahrnehmen, als es bei uns in Österreich ist. Wo es am heftigsten ist, ist der Platz zu dieser Jahreszeit. Weil es da wirklich schwer ist, die Plätze gut zu halten. Der ist halt hier überragend. Und dann auch einfach, wie groß alles ist. Wenn man drinnen ist in den Katakomben, wir sind jetzt in der Gästekabine. Wie groß die Kabine ist und wie viel Platz jeder hat. Und wie neu alles ist. So, liebe Wölfe, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Am Wochenende geht es also gegen die Hertha hier in der Volkswagen Arena. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Sagt, bleibt gesund und munter. Bis bald. Bis nächste Woche. Euer Felix. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.